Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer neuen Folge von C.E.W.W.S.In. Und ja, in den letzten drei Folgen sind wir ja so oft gestorben, ich weiß ja nicht, wie viel. Oder wie oft. Und ich mache euch mal ein Angebot, wer mir sagen kann, wie oft ich in den letzten drei Folgen gestorben bin, und das in die Kommentare schreibt, den Schenke-Klitz-Spiel. Und dann kann er mir später erzählen, wenn er an der Stelle ist, wie oft er gestorben ist. Würde mich mal interessieren. So, dafür braucht er natürlich einen Steam-Account. Ich kann nur bei Steam irgendwelche Sachen verschenken, und ich weiß gar nicht, ob das auf anderen Plattformen auch funktioniert, das Spiel. Na gut, ich werde heute auf jeden Fall wieder aufnehmen. Ich hatte gestern echt die Schnauze voll nach den ganzen Todesfällen, waren ja nur drei Folgen, die ich aufgenommen habe. Und damit kommen wir ja nicht über die Woche. Und mir graust es eigentlich schon wieder. Also diese Dresorköpfe, ich hasse die Viecher. Aber heute werde ich das wirklich so machen. Ich werde jetzt zwar aufnehmen, aber sollte ich sterben und sterben und sterben, werde ich das rausschneiden. Weil, ja, noch zwei, drei Folgen nur sterben, das bringt wohl nichts. Weil ich möchte auch eigentlich wissen, wie es weitergeht. Ich finde das fast das Blöde schon, eine Unverschämtheit, dass es dann irgendwo mittendrin mal so einen Speicherpunkt gibt. So, gut. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ach ja, ich freue mich wirklich. Let me, ja, komm. Und ich bin froh, dass er hier gespeichert hat. Also, bei Kontrollpunkten weiß ich jetzt, dass ich auch ausmachen kann. Hattet schon die Befürchtung, dass ich die Fallen auch nochmal machen muss. So, du bin ich natürlich wieder voll raus. Wir hatten das gestern ja so eigentlich ganz gut gemacht hier, wa? So, und zack. Und hier lang gerannt. Ups, der kommt... Äh, äh, hallo. Warte. Ach, hat er mich trotzdem aufwischt. Na gut. Also, den kriegen wir ja mittlerweile ganz gut hin hier. Hat er jetzt die Suppe genommen, lieber? Nun, nimm dir die Suppe. So. Dann kannst du das Ding da mal gleich nachladen. Ah, wir hatten jetzt diese Eisbolzen genommen. Und im Grunde würde ich die mir ja fast noch sparen für den anderen. Der uns nachher dieses Rädchen da kaputt macht. Ich verstehe auch nicht, warum ich das Rädchen jetzt hier nicht schon mitnehmen kann. Das liegt ja so offensichtlich da. Ist ja eigentlich klar, dass das irgendwie benutzt werden müsste mal. Aber gut. Wir können es nicht mitnehmen. Müssen wir mit leben. So, wie machen wir das jetzt am besten? Er schmeißt natürlich sehr viele Pfeilen hin. Warte mal. Ich versuche ihn jetzt einfach mal immer in die Richtung zu locken. Und dann weiter zu drehen. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Und die Pistole habe ich jetzt einfach nur genommen. Damit ich die Dinger wegschießen kann. Die er mir hier hinschmeißt. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, wer denn hier herkommt? Schmeißt er die Dinger schon? Nee. So. Und jetzt hier einfach mal hinrenne. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich da ein bisschen am Rädchen wieder drehen kann, wenn Sebastian sich wieder erholt hat. dass wir ihn so ein bisschen ausgetrickst kriegen. Lass wir uns die Munition sparen. Äh, Entschuldigung. Huh, ich habe den ja nicht gehört, weil da gerade eine E-Mail kam. Ah. Er hat jetzt auch gar keine Pfeilen geschmissen, so wie ich sehe. Okay. Fällt gut. Aber es kostet natürlich wieder viel zu viel Zeit, ne? Hups. Krieg die so nicht weg. Scheiße. Ist eine schlechte Idee. Eine ganz schlechte Idee. Ach du Scheiße. Ja, okay. Die Idee kann ich sehen lassen. Jetzt muss ich noch nachmachen. Oh, Kassi. Komm, Sebastian. Mach es. Das steht wahrscheinlich gleich wieder hinter mir, wa? Oh, komm. Ach, Gott sei da. So, wir hätten jetzt die beiden Eispfeile uns gespart. Dafür haben wir jetzt eine ganze Menge Minen da hinten. Und wir haben kaum noch... Wir sind jetzt schon im Roten. Also, ich glaube nicht, dass das funktioniert hier. Hm. Haben wir sehen. Nur Dreh. Ich denke mal, kann ich wieder abbrechen. Wir kriegen ja nirgendwo mal kurz Luft. Und das letzte Rädchen, das dauert ja wieder Ewigkeiten. Hat dieses Ding nicht tot? Ja, das frage ich mich ja auch immer. Ups, wieder ein Arschwind. Nein! Sebastian! Wir haben doch keine Zeit, Mann! Okay. Die Suppe nehme ich trotzdem mit. Jetzt probiere ich das einfach mit den Eispfeilen. Aber... Ich glaube, das wird nichts. Nun noch mal das scheiß Teil hier. Na ja, ich werde es nicht mehr schaffen. Munition alle. Okay, das reicht ja. Ich muss mir erst das Rad angucken, da war. Aber wir sind schon viel zu weit. Minus. Das wird nichts. So, dann brauchen wir das Rädchen. Ja, weiß ich. Wo kommt er? Ich hoffe, der läuft doch auch wenigstens hier lang. Und nicht jetzt einfach zurück. Aber das wird sehr knapp. Und ich weiß danach immer noch nicht wohin. Na, der kommt von der Seite. Werden wir nicht schaffen, werden wir nicht schaffen, werden wir nicht schaffen. Ich bin positiv, ich bin positiv, ich bin positiv. Aber das Gas wird mich auch gleich ganz schön ablutschen. Oh, komm mal da weg. So, wo muss ich jetzt denn? Auf jeden Fall haben wir das Gas jetzt weg. Und wir haben noch genug Munition. Aber wo müssen wir jetzt verdammt nochmal hin? Darunter, wa? Oh, bitte. Ja, komm, Sebastian. Ach, komm, hör auf, ey. Komm. Der kommt bis hier hinten hin. Und mach das Tor zu. Oh. Speicher bitte ab. Könnte nicht hier ein neuer Kontrollpunkt kommen. Alter, das lass ich drin. Das lief gut. Oh. Ich bin fix und fertig. Meine Finger sind schweißig wie sonst was. Entschuldigung, den Schub brauchte ich. Oh Gott. Ich hoffe, die Fische habe ich jetzt hinter mir. Jetzt kommt wahrscheinlich hier diese Krakenfrau oder sowas. Alter, hör auf. Ähm. Wer bist du denn, Alter? Alter. Ja, genau. Endlich macht Sebastian mal was anständig. Na, ich hoffe, du. Ich hoffe. Sebastian, ich hoffe es. Wie sieht denn jetzt überhaupt noch so unsere Munition aus? Das sieht noch ganz toll aus. Hier könnten wir jetzt erstmal die nehmen. Was anderes haben wir eh nicht mehr. Da können wir die Kugel reinmachen. Nee, können wir nicht. Und da sieht es ganz mau aus. Okay. Noch ein Kontrollpunkt. Plötzlich kommen tausende Kontrollpunkte. Eben haben wir überhaupt gar keinen bekommen. Wo es wichtig gewesen wäre. So ist hier hinter der Ecke noch was? Das sieht nämlich so aus, als ob wir auf der anderen Seite lang müssen. Äh. Ich glaube, das ist scheißegal, wa? Wer liegt denn da? Ich möchte jetzt keinen heftigen Gegner haben. Möchte ich nicht haben. Ich habe es gesehen. Ich nehme mit. So. Ach, jetzt so eine ruhige Passage. Das wäre herrlich. Hier geht es runter. Ich will aber erst die andere Seite gucken. Nicht, dass wir wieder ein Problem kriegen. Wo gehen wir lang? Wo nicht? Weil ich habe immer Angst, dass ich was verpasse in dem Spiel. Das Spiel macht ja auch Spaß. Aber es ist so unglaublich schwer, das Spiel. Unglaublich schwer. Da war der zweite Teil im Grunde besser. Von der Schwierigkeit. Oh, hier ist nichts weiter. Okay. Haben wir eine Lampe? Wie war die Lampe? Entschuldigung. So. Okay, hier kriegen wir noch ein bisschen Flüssigkeit. Ganz gut, dass wir hier nochmal hergegangen sind. Weil hier wird es anscheinend nicht weitergehen. Das ist die große Tür. Das ist hier, wo Dings langgegangen ist, ne? Wo Lässer langgegangen ist. Wo er hier irgendwo die Falle ausgelöst hat. Und uns die ganzen Probleme besorgt hat. Okay. Gut, dass wir nochmal da hingegangen sind. Hier runter können wir bestimmt auch, wa? Ne, können wir nicht. Dann hat sich die Frage schon erübrigt. Hatten wir halt die Spritze noch? Ja klar, die haben wir gar nicht benutzt, ne? Die könnten wir uns jetzt aber mal in den Armen rammen. Einfach nur, damit wir mal wieder gesund sind. Ach, ist das schön. So, hier kommen wir auch nicht runter, wa? Ne. Na gut. Dann bleibt uns dann nur der Weg noch tiefer. Und was hat das mit diesem Leslie auf sich? Wir rennen den die ganze Zeit hinterher. Kidman hat den schon gehackt. Und, äh, ja. Irgendwie geht das da nie weiter. So. Kapitel 7. Überlebt. Naja. Ob man das überlebt nennen kann, weiß ich nicht so. Aber speichern. Speichern. Fertig. Und ich bin froh, dass ich das heute weiterspiele. Und nicht gestern. Weitergespielt habe. Aber ich denke mal, ich wäre noch ein paar Mal tot gegangen. So, kommen wir hier an. So lange es ruhig ist, ist es schön. Bleibt aber nicht lange ruhig hier unten, ne? Oh, da laufen ja schon wieder welche. Ja, ich denke mal auch, dass ich gestern zu müde war. Hat der Feuer die ganze Zeit gestrinkt gehabt. Und ich denke mal, dass ich deswegen einfach nicht weitergekommen bin. So, meine Ausrede jetzt. Hatte zwar noch Green Hell aufgenommen gehabt gestern. Weil ich noch eigentlich gar keinen, äh, weil ich noch Bock hatte, weiterzuspielen. Aber hier, seh ich, bis innen ging gar nicht mehr. So, wir müssen wohl. Aber die Waffe ist eigentlich zu gut, ne? Na, bleib mal irgendwo stehen. Ups. Ja, du lebst natürlich weiter, wa? Der Anruf. Na gut, dann muss man wohl die Schrotwaffe nehmen. Denn bleibt uns da wohl nichts anderes übrig. Oh, ich nehme erstmal ihn. Aber der kommt hier gerade, wa? Wo ist er denn? Ja? Da. Ein Gesicht voller Blei. Das ist einer Leih. Sebastian hat mal rechtzeitig nachgeladen. Ich bin echt glücklich. Oh, jetzt ist aber ruhig hier. So, Spritzen kriegen wir jetzt genug. Aber, es heißt doch schon wieder, wir haben keine Munition. Ach, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder ohne Munition durch diejenigen klatschen, oder? Hier war nischt, ne? Ich will nur mal gucken kurz. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Gut, da haben wir noch ein paar Kugeln. Die müssen wir... Na, nimmst du die mit? Haben wir wenigstens drei Kugeln. Ist ja auch cool. Haben wir hier noch was? Ein bisschen Gel, naja, gut. Das macht mir die Waffen ohne voll. Das hört sich an, als ob da noch viel mehr Viecher sind. Aber komm, was dahinter sehen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Und ich hoffe, ihr schreibt, dass ich diesmal gut durchgekommen bin. Aber diesmal dürfte auch gar nicht meckern. Ja, und wie gesagt, wir haben mir schreibt, wie oft ich in den letzten drei Folgen gestorben bin. Den schenke ich das Spiel. Einzelbedingung ist natürlich, dass ihr bei Steam seid, dass ich euch da den Code geben kann. Na gut, für heute ist Schluss. Danke. Tschüss. Und bye bye. Ja, bye bye ist gut, wenn OBS schon wieder Kacke baut. So, ich muss jetzt so machen, zack. Hoffen, dass das Spiel nicht abbricht. So, rüber switchen und per Hand ausmachen. So, tschüss.